Aus dem Stand auf 100, Jonas Bolt muss als neuer Sportvorstand des Hamburger SV einen bemerkenswerten Kaltstart hinlegen. Erstens, der neue Trainer muss schnellstmöglich her. Zweitens, neue Spieler müssen ran, die die Mannschaft qualitativ und mental stärken. Jede Menge Arbeit befand der smarte Bolt bei seiner Vorstellung am vergangenen Freitag. Das ist definitiv eine enorme Herausforderung. Bolt soll in dieser Woche den Vertrag mit dem Nachfolger des gescheiterten Hannes Wolf perfekt machen. Wenn gleich ihm der Zeitdruck missfällt. Qualität geht vor Zeit, meinte der 37 Jahre alte Manager. Top-Kandidat ist trotz Beckers Demission Dieter Hecking. Vermutlich ist der 54-Jährige nach der Absage von Bruno Labbadia der einzige ernstzunehmende Anwärter, da die von Becker bevorzugten Trängertalente allesamt aus dem Raster gefallen sind. Lesen Sie auch die Personalroch an, die der HSV in den vergangenen Tagen vornahm, geben dem umworbenen Hecking aber auch zu denken. Die Entwicklung hat mich überrascht, sagte der bei Borussia Mönchengladbach scheitende Coach dem Express, als ihm Verhandlungspartner Becker von einer Minute auf die andere abhandengekommen war. Bolt scheint in Hecking jenen Trängertypen zu sehen, der den Aufstiegskampf meistern kann. Denn der Hamburger Traditionsverein will sich keine weitere Strafrunde in der zweiten Liga leisten. Die erste Aufgabe des neuen Trainers soll laut Bolt lauten, zurück zu den Basics. Keine Experimente mehr. Als alter Hase im Trängergeschäft soll der neue Coach für Ruhe, Stabilität und Kontinuität sorgen. Lesen Sie auch personeller Umbruch ob Kandidat Hecking und Vorstandsvorsitzender Bernd Hoffmann über längere Distanz auf gleicher Wellenlänge funken, ist eine spannende Frage. Hecking geht das schnelle Feuern von Trainern erheblich gegen den Strich. Es ist das Fatale, dass sich mittlerweile jeder anmaßt, mitreden zu können, Empfehlungen auszusprechen, sagte Hecking im Interview des Kicker. Früher hat man ein Loch in der Socke gestopft, heute schmeißt man die Socke weg und kauft ein neues Paar. Viele sind nicht mehr bereit, gemeinsam durch eine Krise zu gehen und gestärkt daraus hervorzugehen. Hoffmann wird die Mahnung aufmerksam registrieren. Er ist für seinen Personalverschleiß berüchtigt, auch wenn er beteuert, das Gegenteil leisten zu wollen. Seit exakt einem Jahr im Amt als Vorstandschef der Fußball AG hat er bereits zwei Trainern den Laufpass gegeben, Christian Titz und Wolf. Ich trage die Gesamtverantwortung, sagte er unlängst. Mit Beckers Spielerverpflichtungen soll auch Bolt einverstanden sein. Lukas Hinterser, VfL Bochum, David Kinsombi, Holstein Kiel, Jan Güamera, VfL Bochum und Jeremy Dudziak, FC St. Pauli, stehen fest. Torhüter Daniel Heuer-Fernandes, SV Darmstadt, soll kommen, dazu noch Führungsspieler, die dem nervlichen Druck im Aufstiegskampf widerstehen. Der Kader ist noch nicht final zusammengestellt, betonte Bolt. Er muss sich auch mit Rückkehren wie Bobby Wood, Hannover 96, Christoph Moritz, Darmstadt 98, Matti Steinmann, Wenzüssel, FF-Runde, Klammer befassen, so wie Douglas Santos und Torhüter Julian Paulersbeck versilbern. Let's block et's. Why?